Hallo Leute, ich bin's mal wieder, alles Grüße. Und diesmal habe ich noch eine ganz besondere für euch. Und zwar meine erste Veranstaltung, Freie Schnauze. Mit dabei grüne Medizin, PTK, Taylor, Rathoc und Calito, Symbio Style, Analyse Crunk und Beavis. Ich bin Dagen von SFB und wir machen am 25.1. hier im MEKZ in Berlin ein Rekläm zur Techno Strich. Der MEKZ ist komplett drum gebaut, ist richtig, richtig geil, ist ein Pre-Opening. Und ich empfehle dir weiter zu gehen und dir das Ding mal anzuschauen. Wir stehen hier gerade im MEKZ. Wollten mal gucken, wie bei den Renovier arbeiten sind. Der Mix ist gerade komplett dabei, nichts mehr auf den Kopf zu stellen. Der Sound wird neu und der Anstrich wird neu gemacht. Es wird überall gehämmert und gesägt an jeder Ecke. Und wir werden am 25. hier die Pool-Open-Party machen. Mit vorher einem Hip-Hop-Konzert. Die ganze Künstler haben wir dabei. 25.1. im MEKZ. Hip-Hop trifft Techno. Erstmal Premiere. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Die drei netten Menschen hier, inklusive mir. Werden euch da beglücken die ganze Nacht. Also Arsch dabei schieben, rumkommen, Spaß haben, Party feiern, keine Ahnung. Gästeliste ist nicht. Könnt ihr gleich vergessen. So. Genau. Wie ihr sagt, wer nicht kommt, war nicht dabei, war. Kommt auf jeden Fall her. Mund sich. Feiert mal mit. Munds. Oh, ihr Zuno. Lass uns den neuen Laden einfeiern. Ordentlich. Genau. Abbrissen vorbei. Jawoller. Einweihungsparty. Keine Abrissparty. Scheiße. Also. See you.